Bildung in Wuppertal. Im akademischen Bereich haben wir die Universität mit dem mehrfach ausgezeichneten Rektor Lambert Koch. Wir haben die beste Schule Deutschlands, Gesamtschule Bahn. Wir haben die Junior-Uni, ein Leuchtturmprojekt. Wuppertal kann Bildung. Was wir jetzt unbedingt brauchen, ist mehr Unterstützung aus Berlin für die Erzieherinnen und Erzieher, mehr Räume, mehr Möglichkeiten frühkündiger Bildung. Und dafür stehe ich in Berlin ein. Untertitelung. BR 2018